Die Chefsache Business Lounge aus Lindau mit dem Thema die Zukunft von Regionalbanken. Das sind die Gäste bei Rolf Benzmann. Josef Rodros, Vorstandsprecher der Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Seine Bank ist das Ergebnis einer Fusion der Volksbanken Leutkirch und Allgäu-West. Und Karl Christian Ball, der Jurist und Wirtschaftsexperte der Sendung, sagt, die Zukunft der Banken hängt auch von neuen Bankgebühren ab. Die Chefsache Business Lounge mit Rolf Benzmann am Samstag, 23. Juni um 22.30 Uhr bei Regio TV. Untertitelung des ZDF, 2020